Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon, zu einem neuen Part. Pokémon Y-Stormids, dem Zwergenfrust, würde ich mal sagen. Und wie im letzten Part angesagt, gehen wir heute in dieses Schloss rein. Das ist das Kampfschloss. Oder irre ich mich da? Kampfschloss. Zeige dir eine Stärke anhand eines Adelstickers. Doch heute werden wir Adelig. Ja, da könnten wir mal das Kampf. Kampf, 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 Schloss. So ungefähr. Oh, hallo, Svenfi. Darf ich fragen, wie dein Adelsticker lautet? Fürst, bitte. Durchlauchtigkeit. Wie bitte? Du hast gar keinen? Doch. Ich bin der Fürstunnel. Ach komm, lass mal was bleiben. Koflost bin ich sogar. Also, bitte. Jemand, der so stark ist wie du, verdient meiner Meinung nach einen Adelsticker. Ich erkläre dir am besten erstmal, was es mit dem Adelsticker auf sich hat. Da brauchst du mir nicht erklären, was ich an sich Adelsticker. Aber gut. Nur eine Handvoll Trainer, die hier im Kampfschloss ihre Stärke unter Beweis gestellt haben, bekommen einen Titel verliehen. Wie, oder? Wer ist denn diese junge Dame? Oh, sie ist ja im Besitz des Krabbelohls. Wie es aussieht, hast du ihr Talent als Trainer erkannt. Schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist der Wort. Und wie heißt du? Oh, Zwergfee, ein schöner Name. Ich verbürge, achso, das ist sie. Ich verbürge mich für Zwergfee. Kennst du ihr nicht einen Ahnenstil von allen? Sie ist ein starker Trainer. Und würdest du dem Kampfschloss bestimmt alle Ehre machen. Oh, so ist das also. Na schön. Wenn du für Zwergfee bürgst, ist das völlig ausreichend für mich, Viona. Außerdem, auch ich störe aus gewünschtes Potenzial in ihr Zwergfee. Hiermit verleihe ich dir, oder sagen wir lieber euch, den Titel Baronin. Zwergfee erhältst du den Ahnenstil Baronin. Trainer mit einem Ahnenstitel können andere Trainer mit einem Ahnenstitel im Schloss herausfordern. Baronin und Baronin sind die niedrigsten Ränge. Aber durch die Rote Siege gegen andere Trainer könnt ihr Ranghörer-Titel erwerben. Dies führt eventuell dazu, dass ihr das Interesse von Trainern höherer erweckt, die sich dann in Hoffnung, euch herauszufordern, einfinden. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch an unsere Mitarbeiter am Eingang wenden. Nun denn, Zwergfee und Viola, ich empfehle mich. Auf Wiedersehen. Ich habe übrigens auch einen Ahnenstitel. Mein Ziel ist es, viele Kämpfe auszutragen und den höchsten Ahnenstitel von ihnen zu bekommen. Deshalb würde ich mich freuen, hier bei Gelegenheit gegen dich kämpfen zu dürfen. Ja, da kann man ganze Parts lang drin verbringen. Muss man nicht, kann aber. Wir werden nur diesen Parts hier verbringen und dann weiterziehen. Herzlich willkommen im Kampfschloss Baronin und Zwergfee. Wie ist das Wertebefinden heute? Wie kann ich euch dienlich sein? Einladungsschreiben versenden, Einladungsschreiben 1, Einladungsschreiben 2. Okay, ja, erstmal abbrechen. Sollte noch etwas geben, wobei wir uns euch als dienlich erweisen können, Versuch zögert bitte nicht, uns euren Wunsch mitzutennen. So wäre ich doch gern angesprochen. Das gehört sich doch für die Nurschaft hier. Herzlich willkommen im Kampfschloss. Zu welchem Thema möchtet ihr noch mehr wissen? Kampfschloss Ahlstitel abbrechen. Ja, Adel. Das hätte ich gerne. Das würde ich gerne wissen. Bei den Ahlstilern handelt es sich um eine Norm. Um eine Kultur. Kalt... Kalt... Was? Nomen Kreatur. Die wir verwenden, um die Stärke der mit diesen Ehrenbezeichnungen ausgestatteten Trainer anzuzeigen. Den innerhalb der Mauern des Kampfschlosses zählt ein Mensch nur etwas, wenn sein Name auch entsprechender als detailliert. Wer sich mit den Tränen, die sich hier die Ehre geben, im Kampf misst und den Sieg um Sieg anhäuft, der im Winkel neben dem mit der Erhöhung des alles den verbundenen Ruhm, auch die Aussicht auf eine größere Zahl von Tränen, die sich mit ihnen messen möchten. Aus welchem Thema möchtet ihr denn mehr wissen? Erstmal reicht es mir. Danke für die Information. Ich wünsche euch von Herzen einen angenehmen und vergnüglichen Aufenthalt im Kampfschloss. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Ja, für die gute Information gebe ich ein kleines Trinkgeld. Soll mir recht sein. Zwang, dass ihr eurer unendlichen Güte und unwürdigen Diener nicht vergesst. Bereicht euch zur wahren Größe und Ehre. Ja, so bin ich halt. Und hier kann aber scheinbar jeder einen Adelstitel erlangen. Jeder der Herr glaubt, wenn er einen Adelstitel bekommen. Das gefällt mir nicht so sehr. Aber es ist schon mal gut, wie ich hier empfangen werde als Zwergenfürst. Auch wenn ich nur Baron bin. Na gut, da wurde ich halt vorübergehend runtergestuft. Aber ich gebe mein Bestes, um meinen Rang als Kurfürst wieder zu erlangen. Ist dieses euer erster Besuch hier? Anders kann ich mir nicht erklären, dass ihr es wankt, mich, einen heißen Anwärter auf den Titel des Wickem Tee, zum Kampf herauszufordern. Heißer Anwärter auf den Titel des Wickem Tee, das ist ja ja, wollen Sie jetzt hier, da wollen Sie mich jetzt hier, da fehlen mir die Worte. Eine Herausforderung von Baron Baron gegen einen Fürst. Na dann. Ja gut, Baron wurde hier untergestuft. Aber gut, Baron gegen Baron, soll es so sein. Knospi! Ähm, ja. Pikachu gegen Passpie war vielleicht jetzt nicht die beste Möglichkeit, die beste Lösung, aber... Das ist unter anderem Grund war Pikachu irgendwie schon... ...ingedirfen. Ähm, dann nehme ich natürlich Papageno, statt den anderen... Oh, okay, er kann gut. Das ist gut. Mein Feuervogel Papageno hat sich glaube ich im letzten Part entwickelt, wenn ich mich nicht irre. Muss ja. Davor war er noch nicht so. So, Knospi ist nun besiegt mit dieser Feuerattacke. Ein Feuervogel im Team, das ist nicht schlecht. So, dann mal Knospi besiegt. Ein paar Erfahrungspunkte für Papageno. Unmöglich. Ich habe verloren. Das grenzt ans Unmögliche. Zwergfee gewinnt 1.800 Pugman-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen den ersten Baronen hier im Schloss hervor. Das hätten wir. Man sieht es euch nicht an, aber ihr seid nicht völlig unternetiert. Wenn ihr weiter so tapfer kämpft, verleiht man euch sicher bald einen höheren Adelstitel. Das will ich doch stark hoffen. Da warte ich ja sehnsüchtig drauf. Na, dann gucken wir uns mal um und schauen mal, wer hier sich alles noch so im Schloss rumtreibt. Ach, wer seid denn ihr? Hallöchen. Wie bitte, ihr erträumt euch, uns zu einem Kampf herauszufordern. Das Grasus veranlasst uns zu lachen. Kommt und zeigt uns, was ihr könnt. Ja, ein ganz edles Dämmchen. Ein Dämmchen. In der Herausforderung von Baron Josie. Flabibi. Nun wird eingesetzt. Papageno mit einer Feuerattacke. Die sehr hilfreich ist gegen das Flabibi. Das ist zwar kein Pflanzen-Togman, aber ja. Wie durch die Drüste was beginnen. Na komm. Es war doch hoffentlich nur ein Zufallstreffer. Na ja, okay. Es bringt mittelmäßig viel. Könnte besser sein. Ob eine andere Attacke mehr bringt. Ich bezeichne es. Aber könnte es ja mal probieren. Werden suchen. Austestet. So, Schnabel. Zack. Wow. Da hießt du den Schnabel, Flabibi. Na komm. Noch einmal. Zack. Halt den Schnabel. K.O. ist das Flabibi. Der siegt. Ein paar Erfahrungspunkte. Und zack. Level 13 für Mordef. Ui. Verfolgung. Was kann denn Verfolgung so? Hm. Nicht schlecht. Können wir gegen Tegel tauschen. 1, 2 und schon. Mordef hat Tegel vergessen. Und Mordef erlernt Vogel. Äh, Verfolgung. Ich habe schon Vogel gelesen. Nicht wertbekloppt. Meiner. Trei. Ich wurde besiegt. Welch Fiasko. Zwergfähig gewinnt 1800 Togman-Donner. Und geht siegreich aus dem Kampf gegen die Arsuele Dame hervor. Na denn. Wir haben verloren. Wir haben uns von eurem kindlichen Äußern blenden lassen. Das hast du wohl. Das königliche Wir oder was? Wer nach den Sternen greift, muss bereit sein, sich zu strecken. Eine weitere feine Lady. Eine Herausforderung von Baronin Vassia. Hopsauss. Hopp. Hopp. Spross. So rum. Nicht verwechseln die Buchstaben. Das können wir wieder mit Blut eingreifen. Ich glaube, das bringt einiges. Ja, das bringt's. Auf jeden Fall. So. Paradisiert. So ein Mist. Aber ich kann hoffentlich noch einmal angreifen. Trotz des separatisierten Zustands. Nein. Mist. So. OLLEN Krieg erreicht Level 15. Ah, der Sieg hängt tief um dir, wie die Sterne am Himmelszelt. So nah und so fern. Zwergfähige gewinnt 1.800 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die weitere Final Lady Herve. Kämpft weiter, so tapfer, und die Sterne gehören euch. Ja, das denke ich dann auch. Ui, er wird klingelt. Meine sehr verehrten Damen und Herren vom Strand. Heute gibt es sich Baron Blogini die Ehre, unser bescheidenes Gemäuer mit seiner erlauchten Anwesenheit zu beglücken. Ich möchte in Wirtenherrschaft recht herzlich bitten, unsere hochwollgeborenen Gäste mit Wut wollen, ihre Renten durchs lusteren Kreise aufzunehmen und ihnen mit den hiesigen Geflogenheiten vertraut zu machen. Äh, okay, alles klar. Jemand zu Hause? Hallöchen, Böböchen. Ja, eure Aalsprache ist mir nicht ganz... Nicht ganz geheiratet, so spreche ich nicht so wirklich. Ich bin ja auch ein Zwergenfürst. Bei uns läuft das so ein bisschen anders ab im Volk der Zwerge als im Adel der Menschen. Es ist da so ein bisschen anders. Hallo. Darf ich denn mit dir kämpfen? Aha, ha, 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 ha. Zu einem Mann von Welt gehöre stets auch Pokémon von Welt. Klare Sache, nicht wahr? Wir reden alle so ein bisschen geschwellen. Das ist... Ja, ich verstehe es nicht. Ich komme damit zurecht als Zwergenfürst, aber... Ja... Ein Adeligerzwerg, der spricht schon ein bisschen anders. Versteht ihr, was ich meine? Da gibt es andere Sitten. Was soll ich mal sagen? Schnabel. Ja, heilt die Schnabelenton. So. Zack, zack. Das ist doch etwas effektiver als das Glut. Die Glut. Die Attacke ging gut. Naja. Das ist jetzt am seltsamen Publikum geredet. Um auch mal mit dem Geschwollenen anzufangen. Oder so. Oder einfach nur Scheiße zu labern. So. Dann haben wir den Trainer besiegt. Da ist doch irgendwas faul. Das kann doch gar nicht sein. Deswegen für mich mit 1800 Bugmadonna. Warum immer derselbe Preis? Nun wird einfach immer aus Prinzip verdienen. Der Preis. Ist immer das gleiche. Da gehe ich natürlich siegreich aus dem Kampf hervor. Und der AHA Zweite. Aha. Ein Mann von Welt. Wirklich. Lässt sich von so einer Niederlage nicht ins Schwitzen bringen. Na dann. Lass dich halt nicht ins Schwitzen bringen. In den nächsten Raum. Oh. Zwei Trainer auf einmal. Es ist soweit. Mein ernster. Öffentlicher Kampf als Brau. Warum reich heiraten, wenn man sich auch per Wasserdrüse die soziale Leiter hochkatapultieren kann? Wenn du meinst. Du meinst dich irgendwie hochkatapultieren zu können. Na dann. Viel Spaß dabei. Eine Herausforderung von Baron Blowy Knie. Okay. Jetzt habe ich den Namen hoffentlich irgendwie richtig ausgesprochen. Ein ausländischer Name. Ist nicht von hier. Ist nicht von dieser Pogman-Generation. Pogman. Ähm. Pogman. Sag schon. Mir fehlt gerade das Wort dafür. Region. Die Pogman-Region. So. Er ist besiegt. Dann wird es überzeugt für Mordef. Komm hinaus. Mordi. Und Kämpfer. Mit Zuckenklinge. Wie war es denn da mit Energie-Fokus? Na. Das bringt nicht sehr viel. Das ist defensiv. Ein defensiver Attacke. Ähm. Metall-Sound. War das eine gute Attacke? Und Blubber. Oha. Du warst sehr effektiv. Die Wasser-Attacken sind sehr effektiv. Nein. Die Attacke. Die ist eine defensive Attacke. Von defensiver Natur. Und das ist Mordef geschehen. Ja. Den müssen wir noch trainieren. Bevor der. Im Kämpfen einsetzbar ist. Und scheinbar ist er auch gegen. Im Schüpfwasser nicht sehr. Effektiv. Genauso wie unser nächster Kandidat. Markus. Im Schüpfwasser. Na ja. Psych-Strahl. Vielleicht können wir es damit erledigen. Ja. Können wir. Da haben wir den Trainer besiegt. Wir haben alle nur einen Pokémon. Level 20 für Markus. Mein starter Pokémon. Bloggini. Bloggini. Haben wir besiegt. Oh. 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 Und nochmals. Oh. Ist etwas. Ist etwa ans Licht gekommen. Wie ich wirklich bin. Scheint so. Dass das ans Licht gekommen ist. Und zweitfähige mit 1800 Pokémon-Donner. Und jetzt gehörst du im Kampf gegen den Bloggini. Bloggini. Oder wie auch immer ausgesprochen wird. Hervor. Na denn. Jetzt wo ich verloren habe. Kann ich es euch ja sagen. Ich bin in Wahrheit total arm. Selbst die Klamotten hier habe ich mir nur geliehen. Darum kämpfe ich um einen höheren Argestill. Und hoffe nichts auf goldene Zeiten. Da kannst du lange hoffen. Ich habe dich besiegt. Du bist schwach. Und du. Willst du auch mit mir kämpfen? Ja. Wir würden alle mit mir kämpfen. Was braucht man mehr für ein Meisterwerk? Als eine hübsche Frau. Und ein altes Schloss. So einiges. Denke ich. So einiges. Und da fehlt noch einiges. Um ein hübsches Meisterwerk zu vollenden. Eine Herausforderung von Baronin Thias. Das klingt als ob da noch eine Menge möglich ist und eine Menge nötig ist, um das zu verändern. Hoppla! Ja, Psycho-Strahl. Mir fehlen auch gerade wieder die Worte. Oder Nitro-Ladung auf einen Burmi. Das ist vielleicht auch das Beste. Zack. Wow. Das ging ja schnell. In einem Stoß. Zerstört. Heute sehr viele Kämpfe in diesem Part. Und ja, das war bei dem Kampfschloss hier irgendwie zu denken. Dass ich solch eine schlechte Figur abgeben würde, hätte ich nicht gedacht. Welch schwarz. Zwingli gewinnt 1800 Buckner und geht sich gleich aus dem Kampf gegen die Lady Hervor. Lady Baronin, ihr seid sicher ganz neidisch auf meine Schönheit. Das ist nun natürlich. Auf deine Schönheit? Ähm, ja. Sicher. Na denn. Ins nächste Zimmer. Was da wird wieder geklingelt? Meine sehr verehrten Damen und Herren von Stand. Heute gibt es, gibt sich Baronin Giras die Ehre, unser bescheidenes Gemäuer mit ihrer erlauchten Anwesenheit zu bedücken. Ich möchte die werten Herrschaften recht herzlich bitten. Unsere hochgeborenen Besuchern mit der Wohlwolle unsere illustrieren Kreide aufnehmen und sie mit den heisigen Geflogenheiten vertraut zu machen. Ach, dass immer wenn ein neuer Gast dazukommt. Joa. Sie vielleicht? Ach so. Die hat einen anderen Namen. Einen etwas unansprechbaren. Etwas Großes. Baut sich an. Ich kann vor Vorfreude kaum an mich halten. So spricht sie. Ja. Keinem Slug. Eine Herausforderung von Baronin Kurovec. Kurovec. Das ist Französisch, oder? Das klingt doch französisch. Los, Markus. 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 Französ. Bringt die Nitro Ladung da was. Bei Spoink. Nachrichtung von Flöink. Psycho Plus. Oh oh. Ach so, ist nur eine Defensive Attacke. Dann würde ich sagen Nitro Ladung. Na komm. Ladung. Das ist auch eine archinesische, eine archinesische, genauso eine chinesische Attacke. Ladung. Nitro Ladung. Attacke. So, Spoink besiegt. Das ging aber auch recht schnell. Noch wurden wir hier nicht sonderbar aufgehalten. Das war noch keine große Herausforderung. Oh weh. Mein Herz. Es schmerzt. Zweifel gewinnt 1800 Dukten und Däune und geht siegreich gegen den, gegen die Baronin hervor. Mein Herz pocht so laut, wie noch nie. Man könnte mein Essen platzen, gleich. Und die hat doch irgendwie eine Waffe. Die spricht so laut und so im Caps Lock, dass das ziemlich nervt. Ich werde keine Gnade, weil sie lassen, vom Alistil her mag ich nur eine Baronin sein, aber als Trainer, stehe ich trotzdem hoch im Kurs. Wir sind mal glatt einmal rumgelaufen. Ich hoffe, wir kriegen hier glatt mal einen neuen Alistitel. Leg die Bar, aber Trost. Und hier rufen. Ich habe jetzt hier fast alle besiegt. Und wenn ich so höre, dann müsste es doch mal Zeit sein für einen neuen Titel. Einmal rum. Das müsste es doch wert sein. Oder, oder nicht. Bin ich stark genug für den nächsten Titel. Erik erreicht Level 16. Vier Attacken kann ich nur ersetzen. Bis. Ach, das ist mein Schiggy. Hm, Deckel. Vergessen. Eins, zwei und schub. Deckel und bis. Ja, Deckel sollte man noch mal als erstes ersetzen. Hihi. Das Ergebnis war anzusehen. Zangefee gewinnt 1800 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die feine Dame in Herfu. Punkt. Erik entwickelt sich. Wow. Cool. Endlich mal. Nicht wie in Pokémon-Germedition, dass wir die Starter-Pokmone immer auf der selben Entwicklung haben. Das scheint nicht zu passieren. Aber hier entwickeln sie sich. Und da war ein Schluck. Und da war ein Schluck. Und mich nicht anders täuscht. Glückwunsch, dein Erik wurde zu einem Schluck. Na dann, haben wir das auch geschafft. Ich werde dir diese Niederlage verkraften. Wenigstens bin ich auf meine Kosten gekommen. Na dann, wir sind einmal rum. Kriege ich einen neuen Arles-Titel. Herzlich Willkommen im Kampfschloss. Zu welchem Thema möchtet ihr mehr wissen? Ähm, wann ich meinen neuen Arles-Titel bekomme? Kriege ich dazu eine Info? Herzlich Willkommen im Kampfschloss, Baron der Zwergenfee. Wie ist das werte Befinden heute? Wie kann ich euch bedienlich sein? Ähm, 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 ja, ich kann mir nicht sehr viel helfen. Ich muss noch ein paar Kämpfe bestreiten. Warum? Gibt es noch wen, die ich übersehen habe? Hm. Gegen den ich kämpfen kann? Hm, hier scheint jemand zu sein. Gegen Besiegt, der entgegengekommen ist und den ich in den Räumen vorgefunden habe. Nach Krieg nochmal mit ein. Die wollen nicht nochmal kämpfen. Hinterm alle schon gekämpft. Tapfer, aber sie haben Faser 8. Ich habe gegen alle gewonnen. Oh, die Ansage einer neuen Trainerin. Meine sehr geehrten, meine sehr verehrten Damen und Herren vom Strand. Heute gibt sich Baron die Ehre, die Ehre, die Ehre und sah bescheidenes Gemmeyer mit seiner erlauchten Anwesenheit zu belücken. Ich möchte die werten Herrschaften recht herzlich bitten, unseren hochgewollt geborenen Gast, den Wohlwollen in unseren illustrieren Kreiser aufzunehmen und ihn mit dem Giftumheit vertraut zu machen. Ähm, ja. Unten in der Halle. Dann kämpfe ich noch gegen ihn. Ach, der Mann hier. Der ist doch neu. Nie, ist neu. Man, nun sehe ich da etwa eine Mitglied des Pöbels in unseren riesigen Kreisen. Pöbel, mich nennt der Pöbel. Der jangt doch hier ein Rad ab. Das geht ihm jetzt wohl nicht mehr gut. Eine Herausforderung von Baron Jesnoy. Er ist auch erster Baron. Das ist der sicher. Und die wäre hier wohl in diesem Fall gleich auf. Also hier Unverschämtheit Den müssen wir hier den ziehen wir hier für vor's vor's Gericht hier für Unverschämtheit vor der Majestät hier das gibt Stress sag ich euch das kommt vor's Tribunal Gebt's Ärger Kritik kann man sich erlangen Man kann auch was sagen aber Unverschämtheit Nein Das soll es nicht geben Jesnoy besiegt der Unverschämte Verzeihd Ich habe mich wohl in euch getäuscht Ja, das hast du wohl Was? Zöne ich wie mit 1200 Bukmon Dollar Er gibt weniger Geld noch unverschämter hier ins Gefängnis mit dem hier Abfängnisstrafe Ab vor's Tribunal Ab vor's Gericht hier Unverschämtheit Guckt ab Ihr seid offenbar würdig in unseren erlesenen Kreisen zu verkehren Je höher euer Adelstitel ist desto mehr und desto stärker Trainer stellen sich euch als Gegner zur Verfügung Ja, also Ähm Baronin bin ich noch Ja Na dann würde ich mal sagen können wir hier noch ewig dran weiterkämpfen Aber ich würde das Ding mal als Baronin verlassen Haben wir schon lange gemacht jetzt hier Oh, Baronin Zwergfee Ich habe vortreffliche Neuigkeiten für euch hochwohlgeborene Ohren Für eure hochwohlgeborenen Ohren Mir ist die ehrenvolle Aufgabe zuteil geworden Ich in Anerkennung Eurer herausragenden Leistungen Im Kampf den Adelstitel Wick 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 Tessa zu verleihen Mein herzlichen Glückwunsch Ich sehne bereits den Tag dabei Herbei an dem unseren Bein gemäuern Erneut die Ehre zuteil wird Zeuge eurer vorzüglichen Kampfkünste zu sein Ah, da wurde ich erhoben und alles stamm alles rank den Titel Herzlich Willkommen im Kampfschloss Wick Thomas Wick Kump Tessa Zwergfee Wie ist euer wertes Befinden heute Wie kann ich Ihnen dienlich sein Danke aber nein Danke Mir geht es gut Ich habe alles was ich brauche Verlassen wir dieses Schluss gekämpft und sogar einen neuen Adelstitel am Ende erhalten Na dann Ich würde mal sagen Ich laufe mal zurück zum nächsten Pokémon Center und heile da meine Pokémon und dann geht es weiter mit den nächsten Kämpfen auf der Route und weiter in der Story Ähm ja gut Das mache ich noch auf Screen und würde mal sagen Däumig nach oben soll es euch gefallen haben Lasst ein Oben Da wenn ihr neuer von meinem Kanal seid und dann ein weiteres Video verpassen wollt Keinen weiteren Tatpunkt und Y mehr verpassen wollt Ansonsten habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag Man sieht sich im nächsten Video und ja Hauta Männer Bis dahin Ciao 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 Ciao